Wir wollen Menschenleben retten und doch schicken wir einfach tödliche Waffen. Klagen wir dann doch nicht über die Flüchtlingskrise, wenn Sie von einem Krieg flüchten, das mit unseren Waffen geführt wird. Ich bin für diese Petition, dass wir mit einer Gruppe, die rein moralisch handelt und nicht finanziell denkt. Denn das geht um Leben, nicht um Geld. Silenzio, grazie, per favore. Vielen Dank.